Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars. Das ist er, das ist er endlich, der neue Mercedes-Benz GLA. Und heute dürfen wir euch auch endlich sagen, wie er sich fährt, denn gerade eben ist die Sperrfrist gefallen. Doch wie immer machen wir es ganz einfach. Ich schaue mich mit euch gemeinsam ein bisschen das Design an. Das ist ja noch schon ein neues Modell, nicht wahr? Wir gucken uns ein paar Highlights an beim Exterieur. Dann kriegt ihr von mir die Abmessung, dann werfen wir hier vorne unter die Haube mal so einen schönen Blick. Dann steige ich vorne ein, steige ich hinten ein, zeige euch noch ein bisschen Kofferraum, würde ich sagen, genau. Und dann gibt es einen Fahreindruck und ein Fazit. Und mit dem Fazit sprechen wir dann auch über das liebe Geld. Genau so machen wir es, fangen wir also an. Ja, wer die Handschuhe vermisst, keine Angst, bevor ich gleich das Auto anfasse, ziehe ich die natürlich an. In der Serie kommt der Wagen mit klassischen Halogen-Scheinwerfern. Wir haben hier die Multi-Beam-LED-Scheinwerfer verbaut. Mag ich persönlich besser leiden, denn ich sage immer mehr Licht, gleich mehr Sicht, gleich mehr Sicherheit. Und so ein weißes Auto, gerade in der Kombination weiß mit schwarz, gefällt mir natürlich ganz besonders gut. Wir haben, wie ihr sehen könnt, die AMG-Line und macht sich richtig gut, finde ich. Also rein optisch mag ich das ganz gerne leiden. Schwarzes Mercedes-Benz-Logo in der Front bedeutet natürlich, Mensch, wir haben hier auch ein neues Modell. Genau so sieht es aus. Von dem Vorgänger, der übrigens von 2013 bis 2020 vom Band lief, wurden knapp 100.000 Stück verkauft in Deutschland und auch dementsprechend zugelassen. In den Radhäusern, da drehen sich ab Werk und der läuft übrigens in Deutschland in Rastatt vom Band. 17 bis 20 Zoll große Räder. Wir haben hier die 19 Zöller verbaut mit Reifen der Dimension 2, 35, 50, 19. Ja, das stimmt. Und die AMG-Line-Felge und dahinter haben wir eine ganz große Scheibenbremse, die sogar gelocht ist an der Vorderachse. Schwarzer Außenspiegel, ab der B-Säule, alles in schwarz getönt. Das mag ich natürlich besonders gerne leiden. Wir haben die Dachreling oben in schwarz, hier hinten auch nochmal so Seitenspoiler in schwarz gehalten. Und natürlich auch SUV-typisch, eine Radlaufverbreiterung ebenfalls in schwarz. Ja, viel Neues gibt es auch am Heck und damit meine ich nicht den GLA 250 Formatik-Schriftzug da, nein, sondern tatsächlich natürlich die LED-Rückleuchten, das Design. Ansonsten auch komplett das Design vom Fahrzeug hat sich natürlich verändert und auch zu den Abmessungen kommen wir ja gleich. Was ich nicht persönlich so gut finde, sind unten die Endrohrblenden, denn das sind wirklich nur einfach nur Blenden, das sind Zierblenden, obwohl sich dahinter eine doppelflutige Abgasanlage tatsächlich befindet. Naja, kann man gut finden, muss man aber nicht. Wie gesagt, ich finde es persönlich nicht so gut. Was ich gut finde, wir haben hier nochmal so einen Kantenschutz und der kleine Wischer da hinten, der reicht leider nicht aus, um die komplette Heckscheibe freizumachen. Dafür ist die Heckscheibe einfach zu breit und zu flach. Tja, und jetzt würde ich sagen, laufe ich mal aus dem Bild und ihr bekommt von mir, wie immer, die Abmessung um die Ohren geknallt. Die neue Baureihe heißt intern übrigens H247, das ist in der SUV-Palette von Mercedes-Benz immer noch kleinste Modell, ist ganz schön gewachsen. Gegenüber dem Vorgängermodell ist der H247 nämlich über 10 cm höher. Damit erreicht das Modell nun ähnliche Abmessungen wie die Marktbegleiter und da sehe ich zum Beispiel den BMW X1 oder aber auch den Audi Q3. Das Fahrzeug ist 4,41 m lang und 1,61 m hoch, inklusive Außenspiegel haben wir eine Breite von 2,02 m und der Radstand wird mit 2,73 m angegeben. Die Bundfreiheit liegt bei 14,3 cm und der Wendekreis beträgt 11,4 m. Genau so sieht es aus und jetzt hat sich Dr. Strapen noch eigentlich wieder die Handschuhe angezogen. Und für diejenigen, die wissen wollen, warum ich jetzt Handschuhe trage, unten einfach mal in die Infobox schauen. Der GLA kommt natürlich auch mit einem ganz, ganz bunten Potpourri an Motoren. Es gibt Benziner, es gibt Dieselmotoren, es gibt demnächst ein 250e. Das heißt, wir haben einen kleinen 1,4 Liter Benziner gekoppelt mit einem Elektroantrieb. Aber wir haben den GLA 250 Formatik und da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal gemeinsam unter die Motorhaube. Unter der Haube haben wir einen 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit einer Leistung von 165 kW. Das sind also 224 Pferdchen, die sich hier unter der Haube bzw. unter der Kunststoffabdeckung da oben verstecken. Die maximale Leistung liegt bei genau 5.800 Umdrehungen in der Minute an und wird dann über einen 8-Gang DCT über alle vier Räder auf die Fahrbahn gebracht. Das maximale Drehmoment liegt auf dem Drehzahlplateau zwischen 1.800 und 4.000 Umdrehungen an der Kurbelwelle an. Innerhalb von 6,7 Sekunden beschleunigt der GLA 250 Formatik von 0 auf 100 kmh und das Fahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 kmh. Wir haben ein Tankvolumen von 51 Liter und einen Neffsverbrauch von 7,1 Liter auf 100 Kilometer. Ob ich damit ausgekommen bin, ja, das erfahrt ihr im Fahreindruck. Was ich natürlich schön finde, wir haben hier einen Haubendämpfer, ansonsten kann ich hier Öl nachfüllen. Hier vorne sehe ich, ist die Lambda-Sonne, die ist nicht ganz so gut geschützt. Ansonsten kann ich Scheibenwischwasser auch nachfüllen, sehe aber auch nicht, wie viel da drin ist. Die Batterie ist sehr gut gekapselt. Ich habe hier den Pluspol Sicherungskasten-Dupffilter, da kommt man überall ganz gut dran. Scheinbar muss ich nicht drankommen. Bremsflüssigkeit kann man zumindest erahnen, ob noch genug drin ist. Ja, ansonsten, thermisch ist das ganze Ding ganz gut geschützt tatsächlich. Also wir haben hier eine ganz gute Abkapselung. Das haben die, glaube ich, auch bei den AMG-Modellen. Das haben sie sich da von ein bisschen abgeguckt, bei den anderen Modellen halt auch. Tja, ansonsten ist hier drunter erstmal nichts, was mich irgendwie groß überraschen würde. Wir haben hier so zwei Einstellmöglichkeiten für die Haube, falls die Haube nicht ganz genau aufliegt. Ja, und hier ist die Haubenfeder quasi und hier ist der Hebel, um die Haube zu öffnen. Ja, genau so sieht es aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Haube zu. Kann man einfach hier so fallen lassen, schließt er ab und dann streichelt man noch einmal über das Mercedes-Benz-Zeichen. Denn damit zeigt man quasi oder zollt man denjenigen, die das hier gebaut hat, auch so ein bisschen Respekt. Da stehen die nämlich drauf. Macht man schön sauber. Mercedes-Benz ist ja immer noch der Stern mit dem Lorbeeren drumherum quasi. Mercedes oben, Benz unten. Einen richtigen Mercedes-Benz-Stern hat der Wagen hier natürlich nicht mehr. Also so einen aufrecht stehenden Stern, den gibt es ja nicht mehr. Wir haben vorne den Zentralstern im Kühlergrill. Darüber ist dann die Kamera für die 360-Grad-Kamera. Und wir haben da oben auch noch mal weitere Kameras, denn hier sind natürlich eine ganze Menge Sensoren verbaut. Denn dieses Fahrzeug verfügt über ganz, ganz viele Assistenzsysteme. Ich könnte zum Beispiel mit meinem Smartphone, wenn es über NFC kommunizieren würde, könnte ich auch das Fahrzeug öffnen oder schließen. Dann braucht man gar nicht mehr den Schlüssel mitnehmen oder lässt den Schlüssel einfach im Auto und verriegelt dann das Fahrzeug. So würde gehen, nicht wahr? Ja, ansonsten ist mein persönliches Highlight rein optischer Natur tatsächlich diese wunderschöne Felge mit der wunderschönen Bremsanlage dahinter. Zumindest was die Seiten an sich betrifft. An der Front sind meine Highlights definitiv die schönen Scheinwerfer mit der neuen Lichtsignatur. Und am Heck sind es dann tatsächlich auch die Rückleuchten. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal vorne ein. Ja, steigen wir doch mal ein in den neuen GLA. Ja, jetzt kann ich auch endlich die Sonnenbrille abnehmen. Jetzt seht ihr mich auch vielleicht ein bisschen besser. Wir spielen uns jetzt hier mal durch. Und für diejenigen, die denken, Mensch, du kannst doch jetzt nicht mit dem Handschuh, mit dem du gerade den Motor da vorne betatscht hast. Ich wechsle die Handschuhe zwischendurch. Darunter schwitzt man nämlich wirklich sehr doll. Schön. Ich habe schon dieses typische, ich komme in ein Mercedes-Gefühl. Und da braucht man nur einsteigen und da braucht man nur den Stern sehen. Und ich bin eigentlich nie der größte Fan gewesen von Mercedes-Benz. Aber irgendwie hat sich das so entwickelt. Die Verarbeitungsqualität, die ich hier habe, die ist einfach sehr, sehr hochwertig. Und es gibt aber so ein paar Punkte, die muss ich ansprechen. Fangen wir an mit dem Lenkrad. Das lässt sich axial und vertikal verstellen. Ja, auch im relativ großen Rahmen. Geht vollkommen in Ordnung. Ich habe hier so kleine Touch-Elemente. Die finde ich super. Das ist auch intuitiv. Linkes Touch-Element für das linke Display. Rechtes Touch-Element für das rechte Display. Hier kann ich den Tempomat einstellen. Also auch den Limiter oder den Tempomat einstellen. Ich kann sagen, hier mache ich die Schildererkennung an und aus. Sprachbedienung. Also entweder sage ich ja, hey Mercedes, oder nutze diese Taste. Ich kann hier die Lautstärke noch über so ein klassisches Drehrad. Und das hört sich auch fantastisch an. Hört mal. Toll. Steuern. Gespräche annehmen. Gespräche ablehnen. Funktioniert alles super. Links den Lichtschalter habe ich immer auf Automatik gehabt. Hier habe ich die Sitzheizung. Ich habe drei Memory-Funktionen. Denn der Sitz hier auf der Fahrerseite lässt sich elektrisch einstellen. Der Beifahrer sitzt leider nicht. Aber das kann man natürlich optional alles haben. Klar. Spiegel. Ausreichend groß meiner Meinung nach. Kann ich hier schön einstellen. Ich habe hier auch nochmal die Möglichkeit, die Fenster natürlich zu öffnen. Und ich kann hinten sagen, hinten bitte nicht öffnen. Finde ich auch immer ganz gut als Vater natürlich. Auf der rechten Seite habe ich einen Start-Stop-Knopf. Darunter kann ich die Start-Stop-Automatik ausstellen. Ich habe hier Schaltwippen. Das heißt, ich kann mich auch manuell durch die acht Fahrstufen hier schalten, wenn ich das möchte. Und ab und zu möchte man das vielleicht. Vielleicht, wenn man hier Dynamik auf Sport gemacht hat, dann möchte man vom Kurveneingang vielleicht nochmal runterschalten. Könnte passieren, sage ich mal, in diesem Fahrzeug. Und das macht dann auch ganz, ganz viel Spaß. Jetzt lege ich mal die Brille hier hin. Hier drunter habe ich ein Fach. Da kann ich auch Smartphones induktiv laden. Da kann ich auch quasi hier mit dem Kabel die Smartphones anschließen und dann auch Apple Carplay verfügen. Ich habe zwei Getränkehalter davor und dann kann ich das Fach wieder schließen. Dann sieht es wieder schön aus. Das Problem ist, das ist so ein gewissen Klavierlack. Und das zieht Staub an und auch Fingerabdrücke. Jetzt habe ich natürlich Glück, ich trage Handschuhe. Das heißt, ich habe jetzt hier keine Fingerabdrücke. Aber normalerweise ist das, glaube ich, hier so eine Falle für Fingerabdrücke und halt Verschmutzungen. Und ich sage mal so, warum heißt es Klavierlack? Richtig, weil es auf dem Klavier ist normalerweise. Ist ja aber nicht der Fall, sondern hier ist es tatsächlich im Auto verbaut. Und hier halt auch. Das heißt, ich habe hier ganz, ganz viele Flächen, die ich, glaube ich, putzen muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diese beiden Displays. Ich freue mich, ich habe ein Head-Up-Display und wie gesagt, hier vorne zweimal 10,25 Zoll große Displays, die wir aber auch schon aus der A-Klasse kennen. Also für diejenigen, die jetzt wissen wollen, was passiert auf den Displays so ganz genau, guckt euch mal ein A-Klasse-Video an. Das habe ich einmal komplett da durchgespielt. Das Lenkrad liegt fantastisch in der Hand. Es ist mir nicht zu dünn, es ist unten leicht abgeflacht. Tolles Lenkrad, kleiner Pralltopf in der Mitte. Ich kann perfekt durchgucken und habe alle wichtigen Informationen, die ich, wenn auch sehen muss, kann ich ganz schnell erfassen. Ich muss den Blick auch nicht zu weit absenken. Und die ganz, ganz wichtigen Informationen, die kriege ich hier ja sogar über das Head-Up-Display, über das optionale Head-Up-Display ins Auge projiziert. Ich habe eine Sitz-, äh Quatsch, ich habe eine Gurthöhenverstellung. Ich habe einen Spiegel, der ist ausreichend groß, damit ich die komplette Heckscheibe sehen kann, wenn die, ähm, na, die Kopfstützen nicht ausgefahren sind. Sind sie ausgefahren, wird das mit dem Sichtfeld natürlich enger, kennt ihr, ne? Ich habe hier oben eine Sonnenblende, ich habe einen Schminkspiegel mit Beleuchtung, ich habe hier einen Haltegriff. Das ist klasse, denn wir sitzen ja im SUV. Na, da muss man ja vielleicht mal sich durchs Gelände schaukeln. Kann das Fahrzeug, weil wir haben ja den Formatikantrieb. Also da, ne, gibt's gar nichts. Das rechte Display vor allem steuere ich hier drüber. Ich kann hier auch noch mal die Kamera aktivieren. Ich habe Direktwahl-Tasten für Navi, Map, Radio, Media, Telefon oder halt für die Einstellung. Hier komme ich immer wieder auf die Home-Taste und hier kann ich quasi mich durch das Menü swipen. Das ist am Anfang vielleicht für Umsteiger ein wenig ungewöhnlich, aber nach einer ganz, ganz kurzen Eingewöhnungsphase, das kann ich euch versprechen, geht das wirklich, ja, wie, dann fragt ihr euch, warum ist das nicht immer so gewesen? Die haben da eine ganz, ganz clevere Lösung dahinter. Das heißt, man hat hier wirklich mit ein paar Tasten, ich sage mal, es gibt euch zwei Tage. Gebt euch zwei Tage, findet euch in das Menü ein und dann seid ihr da drin und dann wisst ihr auch, wie es funktioniert. Die zwei Tage braucht ihr also. Kleiner Kritikpunkt. Wir sitzen an der Mercedes-Benz und normalerweise die ganzen Tasten, das fühlt sich hier alles sehr, sehr hochwertig an und dann habe ich hier so einen Wischer- und Blinkerhebel. Ich glaube, die haben sie eingeführt damals mit der neuen C-Klasse. Die sind dann auf einmal nicht mehr so ganz so wertig. Also auf der linken Seite habe ich ja den Blinker- und Wischerhebel und auf der rechten Seite den Gangwahlhebel. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich kenne ja mittlerweile, oder ich bin viele Fahrzeuge gefahren, die das haben, aber der alte, etwas dickere fühlte sich meiner Meinung nach ein bisschen hochwertiger an. Dafür habe ich hier diese wunderschönen Lüftungsdüsen und im Dunkeln ist das hier auch alles ganz schön mit der Ambientbeleuchtung beleuchtet und die kann man auf verschiedenen Farben einstellen. Ja, das ist schon ein schickes Auto. Handschuhfach haben wir natürlich auch. Da passt auch noch ein bisschen was rein. Ansonsten habe ich hier noch ein Fach, da sind zwei USB-Ports drin auch noch mal. Das einzige ist, der einzige USB-Port, der quasi auch zu Apple CarPlay führt, ist der hier vorne. Und wenn das Smartphone hier nicht reinpasst, weil das Smartphone gewachsen ist, tja, dann habt ihr hier wieder ein Kabel rumhängen. Das ist dann wieder doof. Tja, ansonsten, ich bin 1,75 Meter groß. Ich kann hier vorne wirklich sehr, sehr, sehr bequem sitzen. Das ist gar kein Problem. Hier oben habe ich noch ein Brillenfach, noch ein bisschen Beleuchtung, Mercedes-Me, SOS, ich kann die ganzen Beleuchtungen hier oben noch einstellen. Ja, das ist ein tolles Auto. Bringen wir es doch auf den Punkt. Ja, ist er. Ich finde den gut. Warum soll ich lügen? Die verbaute Anlage hier, wir haben hier nicht das High-End-Premium-Soundpaket drin, geht in Ordnung. Aber mir fehlt es dann noch ein bisschen an, tatsächlich noch ein bisschen an Bums. Da würde ich vielleicht nochmal eine Stellschraube drehen. Aber ansonsten, von der Verarbeitung her, von der Sitzposition her, ist das ein super Auto. Ach so, in die Türtaschen, da passen übrigens auch noch Literflaschen rein, das ist kein Problem. Die haben auch ganz witzig, die haben so ein Zauberfach hier, da kommen dann die Rettungswesten, wollte ich schon sagen, die Warnwesten rein. Und dann kann man sie ganz gut verstauen. Das ist, finde ich, super. Das haben sie vorne, das haben sie auch hinten. Eigentlich klasse, warum machen das andere Hersteller nicht? Da hat man sie nämlich sofort griffbereit. Die Sitzauflagen hier sind auch nochmal verstellbar. Das heißt, man kann sich hier wirklich das sehr bequem auch machen. Ich glaube, so weite Strecken im GLA, ich hätte damit kein Problem. Ja, das Einzige, was ich kritisieren möchte, ist, dass es mein Bein natürlich hier wieder anliegt. Ihr kennt das, mein typisches Problem ist mir auch zu hart hier. Also, ja, das sind aber jetzt Kleinigkeiten, also wirklich jammern auf verdammt hohem Niveau. Und wir gucken uns jetzt mal das Platzangebot im Fond an. Ja, der Fahrer sitzt eingestellt auf 1,75. Ich kann meine Beine sehr bequem drunter stellen und wundere mich gerade, hier unten ist sogar eine Beleuchtung scheinbar unter dem Sitz. Zumindest sieht das so aus. Ich habe hier noch ein kleines Netz und in die Türtaschen, da passen auch nochmal so kleine Flaschen rein. Ich habe hier auch wieder ein Zauberfach für tatsächlich die Warnwesten. So, ihr wartet schon drauf, wir gucken. Das Fenster geht runter. Ihr seht es nicht komplett, wir haben hier hinten, da bleibt ein bisschen bauartbedingt stehen. Wir haben eine Automatik, wir sitzen in einer Mercedes-Benz. Wenn das Ding ja kein Einklemmschutz hätte, dann hätten die jetzt wirklich Probleme. Ich habe hier oben einen Griff, ich habe hier oben eine Lesebeleuchtung. Auf der anderen Seite natürlich auch. Dazu nochmal ein Kleiderhaken. Und das war es schon fast mit Luxus hier. Ich habe hier nochmal zwei USB-Anschlüsse und ein kleines Fach. Hier habe ich so kleine Lüftungsdüsen. Hier ist nochmal so ein kleines Krümmelfach. Und weil die auch wissen, dass man hier hinten sowieso maximal mit zwei erwachsenen Personen oder auch mit zwei Kindern richtig bequem sitzen kann, haben sie auch nochmal eine schöne Mittelarmlehne verbaut mit einzelnen Getränkehaltern hier. Das ist wirklich gut. Die sind dann auch vom Umkippen geschützt, diese Getränke. Ja, das war es. Also ich habe hier noch ein bisschen Kopffreiheit. Ich kann hier wirklich bequem sitzen. Ich sitze aber gefühlt, das liegt natürlich auch daran, dass ich mir den Sitz vorhin so eingestellt habe, aber ich sitze gefühlt ein bisschen flach. Also ich kann persönlich, das kann ich jetzt hier nicht so gut rausgucken, dafür kann ich aber auf die Displays gucken. Das ist ja auch mal ganz interessant, nicht wahr? Ab und zu. Navigation jetzt gerade hier. Ja, und jetzt würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in den Kofferraum. Kommen wir zur Heckklappe, beziehungsweise natürlich auch zum Kofferraumvolumen. Ich habe hier unten einen Taster, kann ich einfach drücken, dann geht sie elektrisch auf. Ich habe natürlich auch am Schlüssel einen Taster und so weiter. Ja, und da seht ihr es schon. Das Kofferraumvolumen lässt sich von 435 auf 1430 Liter vergrößern und die Ladekante liegt bei 69 Zentimeter. Leer wiegt der GLA 250 Formatiker übrigens 1,6 Tonnen und das Fahrzeug darf maximal 2125 Kilogramm wiegen, sprich wir haben hier eine Zuladung von 525 Kilogramm. Die Dachlast wird mit 75 Kilogramm angegeben, die Stützlast mit 80 Kilogramm und Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen können auch gezogen werden. Ja, doch, warum erwähne ich eigentlich immer die ganze Zeit die Stützlast? Das ist natürlich dann von Interesse, wenn ihr zum Beispiel einen Fahrradträger drauf habt. Da müsst ihr natürlich die Stützlast wissen, denn 80 Kilogramm Stützlast, Fahrradträger, je nachdem, was die Fahrräder wiegen, vielleicht 20 Kilo, 2 Stück, 40 Kilo, was wiegt der Anhänger selber, der Fahrradträger 20 Kilo, 60 Kilo, passt dann also nicht wahr? Genauso muss man es ja rechnen. Ja, und jetzt ziehe ich mir endlich diese Handschuhe aus und ziehe mir neue an, denn ich packe natürlich nicht erst den Kofferraum und den Motorraum an und dann fahre ich eine Runde, aber das machen wir jetzt, nämlich jetzt gibt es den Fahreindruck. Ja, und was soll ich sagen? Der Fahreindruck könnte eigentlich gar nicht besser sein. Die Lenkung ist präzise, leichtgängig, das Fahrwerk verfügt über eine gute Mischung zwischen komfortabel und sportlich. Wenn man natürlich auf Sport schaltet, kann man auch den 250 Formatik ein bisschen sportlicher fahren, darf sich dann aber nicht wundern, wenn natürlich auch der Verbrauch steigt. Ja, man kann ihn fahren mit 8 Liter, man kann ihn aber auch mit 10 oder 11 Liter bewegen, je nachdem, wie schwer der Gasfuß dann auch wirklich ist. Ansonsten ist es im Fahrzeug angenehm leise, bis zu einer Geschwindigkeit von 120, 130 kmh, dann wird er natürlich ein bisschen lauter, liegt natürlich auch daran, dass das Fahrzeug einfach auch ein bisschen größer ist, also im Vergleich zum eigenen Vorgänger. Ansonsten gefallen mir wirklich die großen Außenspiegel. Ich habe immer das Gefühl, dass ich alles sehr, sehr gut übersehen kann, also nicht übersehen kann, sondern überblicken kann, besser gesagt. Während der Fahrt, auch während der Fahrt kann ich alles schön intuitiv bedienen und natürlich auch die Sprachsteuerung nutzen, die ich mit Hey Mercedes starte. So kann ich dann auch zum Beispiel meine Klimaanlage steuern oder auch die Sitzheizung, gerade jetzt hier, wenn es morgens noch ein bisschen kälter ist. Das funktioniert alles über die Sprachbedienung und wir haben hier natürlich das neue MBUX-System drin, das heißt auch die Konnektivität ist gewährleistet. Das heißt, ich kann einfach auch zugreifen auf Apple CarPlay & Co. Und das finde ich persönlich ganz gut. Also, ich kann loben, die Verarbeitungsqualität, die Sitzposition von mir, ich kann loben, dass sich das Fahrzeug sehr, sehr präzise steuern lässt und auch die eine oder andere flotte Kurvendurchfahrt, macht hier eine ganze Menge Spaß. Zuckerbrot und Peitsche, der Verbrauch, ja, es ist natürlich so, so ein 2-Liter-Turbo, der braucht halt auch ein bisschen Kraftstoff. Das ist einfach so. Der Neffswert hat es ja quasi schon verraten und wenn man da einfach nochmal ein, zwei Liter drauf rechnet, dann kommt man ungefähr in die Sphären, die man hier verbrauchen wird. Die verbaute Bremsanlage verfügt über einen angenehmen Druckpunkt, verzögert das Fahrzeug außerordentlich gut. Gerade die vordere große Bremsscheibe, da mache ich mir gar keine Sorgen. Auf die hintere Bremsscheibe wirkt sich die elektronische Parkbremse aus, die man dann ganz normal, wie bei jedem Mercedes, mit der linken Hand quasi entriegeln kann. Ja, und die verbauten Assistenzsysteme machen das Fahren in diesem GLA nicht nur sicher, sondern mit Sicherheit auch um ein vieles besser. Sprechen wir noch ganz kurz über die Assistenzsysteme. Der Mercedes-Benz spielt weiterhin perfekt die Top-Down-Strategie. Sprich, das, was man in der S-Klasse vermuten würde, kommt auch in den GLA. Erweiterte Funktionen des Fahrerassistenzpakets sind beispielsweise die Abbiegefunktion, die Rettungsgassenfunktion, die Ausstiegswarnfunktion vor herannahenden Radfahrern oder Fahrzeugen, sowie die Warnung vor erkannten Personen im Bereich von Zebrastreifen. Ja, und der GLA kann reagieren, wenn der Fahrer es nicht mehr kann. Der aktive Bremsassistent hat in vielen Situationen die Aufgabe, mit einer autonomen Bremsung eine Kollision zu verhindern oder zumindest die Schwere zu vermindern. Wir haben einen aktiven Geschwindigkeitslimitassistent mit der Reaktion auf Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzung in Verbindung mit dem Verkehrszeichenassistent. Wir haben auch gleichzeitig streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung vor Kurven, Kreisverkehr, Mautstellen, T-Kreuzung, sowie vor dem Abbiegen bzw. das Abfahren von Autobahnen oder Schnellstraßen. Durch die Bilderkennung und Information der digitalen Straßenkarte des Navigationssystems werden die zulässige Höchstgeschwindigkeit und eventuell gültige Überholverbote für den aktuellen Streckenabschnitt angezeigt. Der Tempomat kann natürlich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten und im Stau spielt er natürlich die Vorteile aus, denn wer mag schon gerne Stop-and-Go-Verkehr? Als erstes Modell in seiner Klasse verfügt der GLA über eine Waschstraßenfunktion, die vom großen Bruder GLS bekannt ist. Dabei werden mit nur einem Befehl die Außenspiegel eingeklappt und die Seitenscheiben sowie das Schiebedach geschlossen. Die Information des Regensensors wird unterdrückt, damit die Scheibenwischer in der Waschanlage ausgeschaltet bleiben. Die Klimaanlage schaltet auf Umluftbetrieb und nach einigen Sekunden wird bei entsprechender Ausstattung mit einer 360-Grad-Kamera deren Frontbild eingeblendet, um das Einfahren in die Waschstraße zu unterstützen bzw. zu vereinfachen. Beim Ausfahren aus der Waschanlage werden diese Einstellungen selbstständig wieder ausgeschaltet, sobald man über 20 kmh beschleunigt. Klar, es ging bis dato auch irgendwie ohne, aber cool ist das schon, oder? Kommen wir ganz kurz noch zum Preis. Los geht's bei 37.231 Euro. So wie unser Fahrzeug hier steht, schätzen wir einen Testwagenpreis von 68.000 Euro. Und klar, wir haben eine ganze Menge Optionen, aber wenn man die erst einmal gefahren hat, dann will man die auch haben. Und dann muss ich natürlich an meiner eigenen Einkommenssituation ein bisschen arbeiten, damit ich mir so ein Fahrzeug auch leisten kann. Positiv finde ich wirklich, das ist ein richtig schickes Auto geworden und man steigt ein und fühlt sich wie in einem Mercedes. Ja, und das ist natürlich auch ein Mercedes. Und das klingt jetzt vielleicht komisch für diejenigen, die noch nie in einem Mercedes gesessen haben, aber wenn man in einem Mercedes einsteigt, dann hat man schon so ein bisschen das erhabene Gefühl. Verarbeitungsqualität und natürlich auch der Luxus, der pure Luxus. Das Auto bietet so viel, was man haben möchte oder braucht und kann sich definitiv auch sehen lassen. Ich finde, im Vergleich zum eigenen Vorgängen hat sich das Modell ganz schön gemausert und ja, ich muss einfach noch gucken, wie ich persönlich mir den leisten kann. Nicht wahr? Kritikpunkt, meiner Meinung nach wirklich die Fake-Auspuffblenden. Kann ich nicht leiden, mag ich nicht leiden. So, jetzt schreibt ihr mir bitte eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es, wo es so war KS ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Ciao.